Willkommen zurück zu einer Folge Troubled in Terrorist Town mit allen, die man so in letzter Zeit aus dem TTT-Universum kennt. Ich spiele mit Dados neuen geilen Psycho, das heißt, ich bin der geile Tracker und ich probiere jetzt mal was aus, vielleicht gebe ich dabei drauf. Wallhack anzumachen. Was macht denn nochmal der Resist? Wieso red ich nicht? Ist das Rennen Bullet passiv? Ja, du musst aber den Kristall setzen. Also drucken ist abrollen, ja? Ja, gedrückt halten einfach. Oh, du kannst doch nicht ins Wasser springen. Hast du vorher auch X gedrückt und hast du holstert in der Hand gehabt? Warte, wir helfen ihm. Wir legen ihn kurz dahin, wo wir ihn wiederfinden. Ich könnte seine Leiche aber auch essen. Nein, nein, nein. Wir finden schon einen Zee. Jeder ist lecker. Sepp shoppt? Ja, Sepp. Okay, haben wir einen. Okay, komm. So, ich hab ihn schon mal markiert. Wieso shoppt jeder? Wollen wir mal gucken, ob der Trader ist. Machen wir ihn. Ich wollte unter den Truck drüber. Ah, hat gefailed. Ist gefailed. Alles klar. Ich wollte ihn, ich wollte ihn revealen, aber es gefailed. Ist Jay noch am Leben? Ja. Wo ist denn der jetzt? Der ist hier unter dem Truck. Hier sind zwei Kristalle drin für den Superbellen. Ich sag's nur. Hallo. Ah, Jay steht vorne auf der Motorhaube. Ja, damit Sepp... Sepp steht, Sepp ist dahinter. Hinter dem Tunnel. Ja, die sind das beide. Die sind das beide. Komm, wir knollen Sepp ab, dann können wir Peter wieder belegen. Ich bin in einem Haus. Wo bist du überhaupt nicht? Sepp ist hinter dem Tunnel. Moment, ich track... Ich kann jetzt zwei Sekunden wieder tracken. Ja, oben auf dem Tunnel. Ja, die stehen da beide. Die stehen da beide. Ja, die beiden sind zwar safe, Alter. Aber Sepp ist wirklich. Nee, nee, natürlich. Ja, Brandlos, freie Verfügung, ne? Kein Scheiß. Viel Spaß beim Reinrennen. Das ist hier nicht. Der hat auch keiner gesagt, dass er eben Tunnel ist. Ach so, ja, Entschuldigung. Ach so. Ach so. Ah, der Jay spricht. Das ist immer ein bisschen doof jetzt gerade. Gibt es den... Oh, lolololol. Oh Gott. Leute, Peters Leiche verwest. Wir müssen jetzt langsam einen Tee töten. Ja, der riecht schon. Ich finde, Peter hat so ein Altar gekriegt. Ich finde das voll schön. Mit den zwei Kristallen. Ja? Also, das sieht voll gut aus. Sieht auch sehr entspannt aus, was er da macht. Warte, wir können nicht... Nein, nein, wir machen das noch schön. Wer wünscht dich das nicht? Peter hat es auch... Nein, die Biene von Chris, Biene von Chris, komm weg, 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 Nalu! Peter, nein! Biene von Chris, Biene von Chris. 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 Er ist nicht aufeinander in Tausend. Dram ist der andere! Dram war der andere! Der kommt zu dir, Chris, glaube ich, links rum auf der Hauptstraße. Ich bin tot! Ich hab dich da runterfliegen sehen. Oh nein. Wer hat denn hier Bullet Timer gemacht? Die will nicht sterben. Keine Ahnung. Will nicht sterben. Alter! Zeitkick und... Zeitkick und Jester? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Da hat er schon gerade vor mir gestorben. Ui. Oh, der war ganz nah. Traitor. Wieso ist das... Nein, die scheiß Bienen, alter! Jaaaa! Meine Fresse! Oh, das ist gut. Äh... Nee, ist auch alles voller Bienen! Was? Bist du hier gerade drin, Christian? Bist du gerade im Terror? Leute, ist er hier! Vielleicht! Scheiße! Bin ich da drin gewesen. Ah! Weg! So, der bist noch Schakal, oder was? Je... Ah! Nee. Ich die denn nicht? Was ist das denn? Der war kaputt! Geht doch. Boah! Boah, der war übel! So übel war der gar nicht. Nein, nein, nein. Was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das geht schief! Ah! Ich muss noch länger durchhalten, als Christian! Wo? Ich ziehe den jetzt hin. Oh, hier ist es aber auch nicht gut. Oh nein! Da warst du. Schade. Die beiden, dass die beiden da rumschwuckelen, war doch klar, ey. Boah, was bist du denn jetzt hier schon für einer, weißt du? Ist das hier jetzt ein norddeutscher Sprech oder was? Das ist Slang hier. Was sind das für Traitor-Bienen, ey? Das ist ja frech. Ja, aber die machen hier doch gar keinen Damage, oder? Doch. Hey, dann müssen die doch schon töten. Die machen doch 20 an einem Inno. Genau, nein, nein, Traitor machen die, meine ich, 5. Ja, ich hatte nur noch irgendwie 35 oder so. Aber vorher haben die doch die Traitor gar keinen Damage gemacht, oder? Ja, Bienenschmied, ey. Ist doch wie kein Schad. Deswegen, was, ich hab so die Feinheiten, die Dalu uns gegenüber verschwacht. Ja, ey, das sind die Feinheiten, die selber nicht weint, weil ich die Bienen auch noch nicht vorfohlen habe. Doch, als ich sie von Zemp aufgehoben habe, hab ich sie geschossen. Ich hatte gehofft, dass sich jemand irgendwie so Peters Leiche irgendwie näher anguckt und irgendwie zumindest in dem Bienenhex kaputt geht. Aber, lass mich mal durch. Warte mal. Oh, oh. Mach keinen Quatsch, mach keinen Quatsch. Hahaha. Der Swift war der Klettergeil, wa? Ja. Die beste Klasse, Leute. Alles klar. So, was muss ich machen? Einfach nur da runter springen, muss ich, wa? Ne, jetzt spring nicht von ganz oben, bitte. Und dann Steuerung gedrückt haben. Du musst, du musst und holst das. Du hast eine Schottgelderung. Du musst holst das dann auch, ja genau. Selbst schieß man nicht auf mich, ja. Steht unten, dass es aktiviert ist. Ja, es steht, da steht in den News. Und dann spring nicht, sondern geh. Dann kriegst du noch mal weniger Falschein, falls es nicht gab Steuerung. Ja. Alter, das wäre ja schlecht bei, das muss ich nochmal machen. Okay, Bram, kannst du das danach von da oben machen? Nein. Ich kann auch einen Defilibrator kaufen. Von wo aus? Von da oben. Da bin ich nämlich letzte Runde gestorben. Okay, das hat jetzt schon wieder nicht geklappt. Das gefällt mir gar nicht. Doch, hat geklappt. Hat doch. Achso, okay. Man sieht's noch nicht. Man sieht's noch nicht. Denk aber, dass der Timer unten irgendwann abläuft. Hast du noch Zeit? Ja, easy. Ich glaube, wir werden sterben. Ich glaube, wir werden sterben. Sepp, du stellst es schon wieder. Noch nicht so weiter rum. Was? Sepp hat mich aber noch nicht verstanden. Okay. Ah, ich hab's noch verstanden. Das war Chris. Das war Chris. Chris ist das. Auf der Hauptstraße ist ein ganzes... Das war Chris. Das war Chris. Ich weiß das. Ich bin nämlich Traitor. Jay, der steht doch unten links. Da müsst ihr drauf aufpassen. Nein, der andere ist Dardosch. Hey, du hast doch mit dem Sniper da hoch geaimt. Okay, dann... Moment, warum hat Bram direkt geredet? Weil ich wieder beliebt worden bin. So schnell? Also Dardosch ist der andere. Warte mal! Nein! Stirb doch mal! Wenn der andere ist. Er hat sich weggeblinkt. Nein! Ich hab's verstückt. Ach so. Das hab ich nicht... Du hast ja nicht mehr konfirmed. Nein, ich dachte, er explodiert. Da kommt die Dardosch! Das tut mir leid Dardosch, aber der Detective hat mir gesagt, ich soll dich schütten. Oh Gott! Das hab ich überhaupt nicht so gesagt. Das hab ich so verstanden. Ja, ja, okay. Der Runde ist ja noch eigentlich vorbei. Christian, wie leben wir denn noch? Aber wer ist es denn jetzt noch? Dardosch oder Chris? Christian hat eine Taube geworfen. Aber wer ist denn der andere Trailer hier? Der kann auch Sidekick, wie gesagt. Oh Gott, oh! Muss nicht sein. Wieder anders. Zwei... Ja, du. Da ist noch Tee. Nein! Peter, willst du nicht poken oder was? Was bin ich? Willst du nicht poken? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin hier als Detective, bin ich ein bisschen... Verzweifelt. Dann reicht nicht! Wann war denn das? Ich hab den Trailer tatsächlich erwischt. Der hat denn auf mich da oben geschossen? Sepp, warst du das? Nein. Ich hab das nicht geschossen. Ja sag ich doch! Da warst du schon... Ja, da war der aber schon hurt. Ja, ich dachte mir so, okay. Ich war ja im Köln, weil ich beim ersten Mal den Tee nicht geschafft hab. Ich war doch da runterrollen. Ich dachte mir, okay, du bist hurt. Also... Nur weil Chris schreit? Glaubt deine Technologie plötzlich. Mega auffällig gewesen. Nein, ich hab nur gesagt, dass... Ich hab nur wiederholend Chris gesagt. Ich dachte... Ich dachte, dass der Trailer direkt als Befehl erkennt. Ach so. Ja, der ist doch dein... Also der wird doch blind, der Bengel. Wenn es ums Töten geht. Ja, der Trailer ist der Brücke. Der Trailer ist 100%! Denn es töte ihn! Los, das ist ein Befehl! Das war die Stimme in seinem Kopf. Ja, aber du hast gerade gesagt, der Trailer hätte dir das gesagt. Oh fuck, ja, das kann natürlich auch sein, ey. Trailer, Inno, Detective, what the fuck. Ah, alles dasselbe. Immer wenn ich Tee bin, werde ich zum Side-Tee. Ja, du standst halt direkt vor mir, weißt du. Und ich dachte mir, bevor ich den Schuss später verkacke, so, warum nicht den nehmen, der direkt vor mir steht und nicht am Ball kommt. Hab ich genau gesehen. Alle haben es gesehen. WTF? WTF? Ganz schlecht versteckt. Was ist das für eine komische Fähigkeit? Ich komme! Er ist in die Luft gesprungen, wie ein Paketzer. Okay, Bram ist es. Leute, ich werde beschossen! Von dem da vorne! Von dem Schiff, oder? Ich wurde gerade... Jules, beschossen! Der ist tot, da ist einer tot! Und ich habe noch 28 AP. Ja, Christian wurde ja auch weggebracht. Ich werde beschossen! Von wem! Ja, von wo? Von wo? Auf dem Schiff. Ja, Bram auf dem Schiff, ja. Ich bin gerade auf dem Schiff, aber ich sehe Bram nicht. Wer ist immer noch da? Hinterm Feuer. Ah, der ganze am Ende am... What? Kommt jetzt der Nächsten auf dem Schiff? Oh, oh! 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 Oh! Oh, oh! 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 Müsste es sein. Fuck! Oh fuck. Loi. Das finde ich nicht gut. Wieso nicht? Was tut du das? Oh Leute! Ich hab dich nicht gesehen, Alter! Ich zerschüsste uns. Ich hab dich nicht gesehen. Alter, ich wollte... Das ist so spannend. Wer wird das Battle gewinnen? Ist ja ekelhaft! Wie kannst du weggerannt sein? Wie kann ich weggerannt sein? War jetzt nicht so schwierig. Wie nur. Oh, da hinten bist du. Was heißt da hinten? Wusch, 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 wusch. Blubba, 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 blubba. Da kann ich auch meinen Blut schon wieder essen. Ne. Du auch? Du bist so einer? Ja? So. Das ist jetzt ärgerlich. Ganz ärgerlich. Wo willst du hin, ey? Oh Gott. Nein. Das war schon lustig. Aber du wärst schon gestorben. Dalu hat dich angeschossen. Ich glaub, du wärst gestorben. Weil er gerade gehaltert hat. Weil in der Sekunde, wo du getroffen wirst, tickt dein Leben hoch. Wie ich überhaupt nicht gecheckt habe, von wo ich beschossen wurde. Das war so geil, ey. Es ist neben mir, Bram Messert, nicht besser. Ich sag Bram Messert. Wir werden schon wieder beschossen, hallo? Ich habe nicht gecheckt, wo ich beschossen wurde. Und der hat ja nicht mit einer Sniper oder so. Also der hat mit der Schnellschuss Sniper oder so im Kram geschossen. So 15 Mal. Krieg das noch? Ja, der hat ja auch geschossen. Das war schon lustig. Das war echt geil. Ich habe hier das 160% gesehen. Kann man auch stark. Ey, dann ist das Spiel wieder. Ja, ich hab's ja dem irgendwie noch nicht gesehen. Ey. Don't do this. Echt? Niemand? Da stehst du einfach mit der Diegel und keinen interessiert's. Oh Mann! Einzelner Diegel Schuss, habt ihr das gehört? Ja. Jetzt nicht mehr. Danke. Ich glaube, es ist ja beim Brammen. Es ist endlich mal jemand der respawned. Moment, noch mal, ja? Oh, oh, oh. Diesmal war's echt. Diesmal war's echt, ja. Diesmal war's echt, ja. Ich habe wieder Swift. Fram kauft. Ich mache ihn weg. Er hat die ganze Zeit auf den Boden geguckt beim Kauf. Ja, dann macht's doch. Dadosch, komm mal mit. Das kannst du mal testen. Erlebt mal Jester. Du kannst walljumpen. Achso. Und das muss hier gehen. Aber der lebt wirklich wieder. Immer hin und zurück. Dann kriegst du immer wieder neue Stacks. Das ist richtig schwer. Das ist jetzt advanced. J, hab ich als Traitor getötet. Ich hab dich als Traitor getötet? Achso. Mit linker Maus. Aber ich glaube nicht, dass es Fake war, dass Bram einen zum Set ging geschossen hat. Und Holstadt. Ja, ja, ja. Hatte ich ihn gerade gemacht. Warte, eine Sekunde. Aua, ich werde beschossen, Christian. Denk an meine Worte. J ist Traitor. Du hast es selber gesagt. Du bist Traitor. Gib ihm. Dadosch. Warte nochmal. Abrollen am Ende. Zack, zack, zack. Du bist ein Sack-Bram. Du bist so ein Hurensohn. Nice. Dadosch ist es. Ja. Du Kassier ist jetzt. Zep ist es. Du bist durch. Aber ich war grad voll pumped. Ey, mit Bram ist es. Ja, dann wissen wir doch schon, dass ich ihn bin. Ja, ist okay. Ja, das tut mir leid. Du hast selber gesagt. Ich hab dich als Tee getötet. Ich hab nur eine Chance. Oh, Moment. Du hast mich gar nicht gesehen. Nevermind. Hab ich echt noch nicht. Ne, ne, ne. Ne, ne. Sepp ist auch noch da. Au. Ey, lass es mal. Hilf mir mal, echt ey. Oh, Jay lebt auch wieder? Ne, das war Jay's Leiche, wa? Jetzt hör mal auf, wenn ich zu schießt. Ich will zumindest erst gegen Sip gewinnen. Ah, gut, komm. Ich treffe ihn nicht. Ich kann nicht mal genauso gut. Ey, ey. Wir sind einfach zurück. Also, ich weiß nicht, ob der wiederbelebt wird, aber der ist zumindest down. Ja, wird er. Jetzt wurden alle Crystals zerstört, ich verstehe. Alter, ich hab mich voll von den beiden Waffen erschrocken, die hier so in der Luft fliegen. Ah, der wurde grad getrunken. Ah, lol. Christian, bist der Trailer? Deswegen hast du Jay gemacht. Nice. Ich hab Jay gemacht, weil du gesagt hast, Jay hat mich als Trailer getötet und Jay danach meinte, ich hab dich als Trailer getötet. Nein. Nein. Alle waren immer verwirrt. Ich war kein Trailer. Aber das hast du gesagt, Jay. Das hast du nur sarkastisch gesagt. Nein. Hast du wirklich? Nein. Du hast gesagt, ich hab dich als Trailer getötet. Das war dein Wort laut. Und dann rennst du weg. Du hast halt krachtgelabert. Ja, genau. Du hast ihn halt nachgeäfft. Hä, ich hab's als Trailer getötet? So. Aber doch nicht. Ich hab dich als... Ja, okay. Jay, du hast zugegeben, dass du Trailer... Ja, okay. Jetzt mach dir ja noch Riesen hier. Aber Jay... Da krieg ich doch nichts für, ja? Wenn Jay so ein... Ah, ich hab so viele Leute erschossen, dann werden die alle wiederbelebt. Ich glaub gegen Brahmin ja noch. Ist halt ärgerlich. Wahrscheinlich, ja. Ich hab echt nichts geschürzt. Wieso? Ich war voll pumped, Junge. Ja, wir haben da coole Sachen rausgefahren. Ja, solche. Die ist doch kacke, die Klasse. Welche denn? Wenn du Swift bist, dann ist super gut. Nein, Breach. Breach ist auch so... Boah, what the fuck? Wer war das? Wer... War das? Was? Ich wollte auch hier. Sepp, du Kleiner! Nee, 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 nee. Ich konnte hier noch abbiegen, als die... Ich glaub, Dalu will sich rechnen für letzte Runde. Wir waren einen Trailer-Kollegen im Arsch. Dann wollte ich mich rechnen für dich. Ja, in diese Runde? Nein, in Dalu will sich rechnen, hab ich gesagt. Ja, das kann sein. Ja, hab ich da auch... Ich hab nichts anderes gesagt. Ich glaub, Jey oder Peter Feiner ist dafür um. Das klang so, als wenn du mich reclamen wolltest. Jey oder Peter Feiner ist dafür um. Jey oder Peter Feiner ist dafür um. Nee, nicht jetzt. Ach, weil ich grade in dem... In dem... In dem Klettermodus bist, kannst du nicht die Sachen aufsammeln. Kann das sein? Ja. Wo ist denn da? Oh, da ist Wasser! Nicht das Boot kommt vielleicht! Komm da raus! Und... Er kommt nicht mehr raus. Er wurde vom Piranhas gefressen. Wer denn? Du bist nicht rausgekommen, oder? Nee, die Piranhas haben ihn im Wasser gefressen. Wer ist denn? Da sind schon wieder Bienen! Und diesmal ist Sepp hier. Ja, ich bin hier. Dalu, wer ist denn tot? Der Detective. Oh, wollte da wer auf Sepp lenken. Das ist ärgerlich. Kommt drauf an, wer du bist. Nee, dadurch hat mich verteidigt sogar. Also dadurch ist es nicht hier. Scheiße. Ich würde gerne... Also die Bienen kommen von... Ich verstecke mich vor dem... Sepp? Nein. Du weißt überhaupt nicht, wo ich bin. Da wollen alle das Motorboot schicken. Das war knapp. Also von mir kommen die nicht. Die kommen... Die sieht ja noch nicht mal. Sepp hat jetzt bei zwei Trailerfallen genau da auch hingeguckt. Ähm... Da sind Bienen... Da sind Bienen, der guckt zu den Trailerfallen schießen. Nein, die Bienen sind aber nicht von ihm. Da war... Bei uns. Also die sind wahrscheinlich von Jay, weil der sneakt hier um die Ecke und hat so einen bösen Blick. Ich seh das genau. Ja, Jay könnte eigentlich abschießen, oder? Ich bin ganz böse am Blick. Pass auf dadurch. Ich pupse dich gleich an. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her nicht zu nah. Alter! Ich hab doch endlich... Super Schaf von oben! Super Schaf von oben! Super Schaf von oben! Oh Gott. Das machst du doch jedes Mal auch so, Jay. Jaaa... Komm hier nicht hin, oder ich töte dich. Oh Mann, ey. Ich hab Brams versteckte Leiche gefunden, die Detective ist. Ist das normal? Da wurde der hinterm Haus ermordet. Das ist aber auch seltsam. Sepp ist tot. Ja, ich hab Sepp gekillt. Ich hab hier oben Sepp gekillt. Jaaa... Wieso habt ihr vorher nicht geschrien und so? Dalu höchstens noch... Dalu höchstens noch Jester. Ja wahrscheinlich. Ich hab gerufen, Super Schaf von oben. Das hat irgendein weggesprengt. Das hat euch nicht interessiert. Ja, ja. Dann hab ich einfach erschossen. Na ey, jede Runde mittlerweile den Jester dabei. Nein. Nee, muss nicht. Oder ist der nicht jede Runde dabei? Okay, ist ja gefühlt jede Runde dabei. Lass den doch mal von der Biene treffen, Christian. Ich hab mir viel Schaden gekriegt. Nee. Ja, das muss ja nicht sein, wenn ich Damage kriege, oder? Dann warte ich mal eine weg. Oh, Granate. Treff die nur nicht. Bei denen hab ich keinen Bock mehr raus zu gehen. Die nerven mega. Ja, wie im Sommer, ey. Oh, fuck! Ah! Oh Gott, war das knapp! Geh doch weg, Peter! Tschüss! Anscheinend lässt du jetzt das Tor einfach auf! Alter, ich muss hier weg. Ich hab kein Leben, Mann! Das ist alles problematisch. Hast du eigentlich Dardosch gekillt? Dardosch wurde schon super scharf gekillt. Nein, ist böse. Du bist doch gerade im Trailer-Track verschwunden, oder? Nein, ich bin nicht mal im Trailer-Track. Ich beobachte die ganze Zeit aus meinem Haus. Boah, die scheiß Bienen. Christian, warum ziehst du mich hoch? Jetzt sind sie hier! Weil ich wissen wollte, wer da drin ist. Aber irgendwer schießt auf mich. Alter! Wer ist das? Keine Ahnung, wer das war. Ich war das, ich bin wieder geflohen. War besser so. Warum kommst du mir überhaupt hinterher? Können wir jetzt mal hier Jay abschießen? Ich wusste nicht, dass ich hier hinterher gekommen bin. Nee, der Schalter, der in dieser Fischerhütte ist. Oh nein. Penner. Ich hab auf die Biene geschossen. Ah ja, okay. Noch eine Biene. Noch eine Biene. Lebt Peter noch? Ja, Peter lebt noch. Und das ist Jay. Ja, das ist Jay. Ich wollte nur noch fragen. Ja, dann schießt er jetzt auf mich. Komm, du es! Will ich sogar. Ja, okay. Dann schießt er auf dich. Wieso lebt Jay noch immer? Wieso lebt Jay noch immer? Nee, ich hab Jay schossen. Du bist ein Fehler. Die sind beide tot. Nee, der eine ist wiedergekommen. Ich wollte gerade sagen, da kann ich sein. Ich bin interessant. Ja, Jay. Jay ist wiedergekommen. Ja, ey, komm mal hier. Nigel mit Köppen machen. Ey, 19% Leben ist auch scheiße. Ja, das stimmt. Wo bist du denn wiedergekommen? Hinten beim Boot, oder? Ja, du stehst hier so Trigger-Emblo. Ja, ist beim Boot. Nee, bin ich nicht. Ja, das ist alles gelogen. Oh, das ist doppelt scheiße jetzt. Nice, Christian. Oh man, ey. Schön. Schön, schön. Am Ende nochmal schön erschossen. Haut rein. Ja, ist doch schön. Tschüss. War unerwartet. Ich möchte noch einen Knie nehmen chwisch durch. Eigraktivherz und garde dieselbe Penny. Hop grâce Gloria Muriel.